«Wissen Sie, Herr Pfarrer? Und dann ist es halt einfach dumm gegangen. Also, Sie wissen ja, wie das so geht. Ich habe ja nicht gedacht, dass...» Kann man eigentlich irgendjemandem sagen, warum der Pfarrer Wirli in der Pichti nichts mehr Neues erfährt? Weil er, dank dem Regionalteil der AZ, bestens über seine schöne Flipscheid weiss. Aargauer Zeitung. Jeden Tag mit einem Extrabund für Ihre Region.